Spannende Musik Das ist mies. Das ist richtig mies. Aber ich bekomme zurück zu Alien Isolation. Das war mies. Weil ich dachte, okay, jetzt steht er auf, ist ein Schritt zurückgegangen und dachte mir so, ja, okay. Jetzt, ähm. Jetzt ist es bestimmt wieder gut. Die Gesundheit geht ja da drunter, ne? Aber, ähm. Am Arsch? Ne, du gehst mir jetzt auch in die Schwung. Ja, komm her. So, vielleicht kommt die Stelle, wo wir schon mal gepasst wurden. Aber da kommt nix raus. Muss man gleich links irgendwo rein? Alter, was? Ich bin grad'n bisschen aggressiv gegenüber dem Alien, ja? Ich verstehe echt nicht, warum die so mega laut ist. Das Vieh, das ist gerade richtig hingang. Notfall-Situation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Ich hab auch keinen Notaufsicht-Syntheten-Telt. Oh, ne, für'n Arsch. So, was müssen wir hier jetzt machen? Gehen wir hier jetzt ab, ey. Das war doch... Das war doch extra. Ich hab'n mega schrocken, ey. Ich kann mal sowas machen. Was gehört? Es scheint noch eins. Komm her! Ich hab gesagt, komm her, aber... ist doch was völlig anderes. Ich weiß doch, wo ich bin, oder? Hier kommt nichts raus. Alter, hört dich dieses Geschrei. Auch nicht mega für dich. Du siehst ja hier nichts. Alter, der Schatten! Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Coordinator erteilt wurde. Was ist denn für ein Glitsch? Was? Was haben wir hier nochmal? Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich bin motiviert. Oh, hallo. Oh, lol. Weg da! Ach, nicht die Nummer wieder. Wir hatten das schon! Oh, ach! Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und... Auf die Notfall-Situation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und... Auf die Notfall-Situation. 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 Was ist das? Ganz kurz. Tut mir leid, wenn ich jetzt so still bin. Ich habe gerade was gelesen. Moment. Die Musik macht mich mega nervös. Und dieses Feuerball-Ding, was wir draußen gesehen hatten, als wir draußen waren, ist, glaube ich, dieser Gasriese KG348. Macht Sinn, weil der auch so nah dran war. Ja, gut. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Koordinator erteilt wurde. Oh, mit dieser Durchsage. Hast du schon irgendwie die Durchsagen bei Rainbow Six auf dieser einen Map da? Ist der ein Schuh? Jetzt hat er mich. Was blöde ist, wenn wir noch so wenig, ähm, Lammwerf-Munitionen haben. Notfall-Situation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Ja, komm her. Ich habe nur Half-Life, musst du wissen. Ich muss uns mal überstrecken. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht entgegenkommen. Da ist er ja. Da kann er durch. Da ist es ja. Oh, jetzt hat er mich. Ist er? Was ist denn? Ich verstehe mich nicht. Gut. Können wir hier nicht schon mal? Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn mir hier gleich ein Regen kommt, bin ich am Arsch. Was ist diese Kackgeräusche? Nein, die Musik. Geht von der Musik. Was hat die für aus? Sebastopol, Diane Verlay von der Torrance hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter Ihrem Raum... ...der Terminal abzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Koordinator erteilt wurde. Oh, ich bin gar nicht ganz hau. Notfall-Situation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Ich habe die Hölle hinter mir. Bilder. Ich muss auch die Zähne jetzt beim Regen auseinandernehmen. Ja, wieder einigermaßen. Die hässliche Musik ist weg. Oh, na, was machen wir? Genau, muss ich denn jetzt... Oh, nicht erklärt. Ich bin hier nicht angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rennen kann, deswegen lasse ich es lieber. Ach, da waren wir am Anfang. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich bin jetzt hier wieder ruhig. Nein, ich weiß, was danach kommt. Pssst. Denk mal, ich muss hier rein. Rein muss ich nicht, aber ich bin irgendwo. Ich muss erst mal speichern, Mädel. RIP. Oh. Nee, Junge, kannst du nicht mal... ...durich hin? Ja, wenn der ist... ...Alien jetzt hier ist, ja? ...durich nicht hab ich ihn da. Weil hier überall Feuer ist und ein Tier hat es Angst vor Feuer. Oh, der hat mich gerade erschrocken. Warte mal, die Ausweiskarten... ...unds fehlen echt einige, warum? Aber wir haben echt viele gefunden, muss ich dazu sagen. Oder was sagt ihr dazu? Warte, wo? Wo muss denn jetzt hin? Das ist behindert. Ich bin extra voll den Bogen um den rumgegangen. Er fasst mich trotzdem auf. Das ist schade. Eh, Sterne hat gestert. Bestätigt. Da, 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 sind offline. Da, da, da. Ey, aber... Irgendwas fehlt hier denn noch? Oh nein, da ist was geschlüpft. Seht ihr das? Wie er sich hinstellen kann. 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 Einmal was falsch. Wie er sich hinstellen kann. Okay, gehen Sie jetzt zum oberen Kontroller. Wie er sich hinstellen kann. 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 Wie er sich hinstellen kann.